Der Baum des Lebens Es gibt nur einen Wurzelbaum. Unser sogenanntes Gehirn hat den Wurzelbaum auch genauso. Ich denke, also bin ich. Das ist der Wurzelbaum. Das ist das ich bin. Unser Baum kennt auch alle Äste und alle Früchte. Aber warum? Es liegt daran, dass der Baum die erste Zelle in unserem Körper war und deshalb die Quantenverschränkung erzeugt, weil alle vielfachen Kinder sind. Embryologie Der Wurzelbaum Embryologie Die Verschränkung der Wurzelzellen Die Wurzelzelle ist die erste Zelle des Embryos. Sie ist die Zelle, aus der alle anderen Zellen des Körpers hervorgehen. Die Wurzelzelle ist die Zelle, die die DNA des Embryos enthält. Daher haben alle Kinderzellen im Baum die gleiche DNA wie die Wurzelzelle und sind daher mit der Wurzelzelle verwoben. Nach dem Blastozysten-Stadium kann sich der menschliche Körper zum Embryo entwickeln. In diesem ersten Embryonal-Stadium ist deutlich zu erkennen, dass das Gehirn genauso groß ist wie der Rest des Körpers. Auch das Endstadium der Blastozyste zeigt, dass sich das Gehirn vor den Körpereigenschaften entwickeln muss. Die unentwickelten Organe werden direkt von der Mutter über das Rückenmark und die Plazenta ersetzt. Ist der physische Sitz der Wurzelzelle im Gehirn oder im Solarplexus? Das spielt keine Rolle, denn die Wurzelzelle ist der Baum, der uns mit jeder Zelle in unserem Körper verbindet, und mit der Mutter in den ersten sieben Jahren, und mit Gott, unserem Vater, der der Wurzelbaum aller seiner Kinder ist. Durch die moderne Fähigkeit, ein Herz zu transplantieren, sind neue Erkenntnisse gewonnen worden, wonach das Herz selbst auch das Gedächtnis enthält. Aber das ist ein anderes Thema für sich und bedeutet einfach, wir hochentwickelte Medizintechnik, weiß nicht einmal, dass unser Herz ein Gedächtnis hat. Wurzelbaum Der Baum des Lebens und die Früchte Der Baum ist sozusagen unsere Wurzelzelle, was eine große Untertreibung ist. Er ist vielmehr ein Baum mit seinen Zweigen und Früchten. So kennt der Baum alle seine Zweige und kennt alle Früchte. Aber da die Blätter den direkten Blick auf die Früchte verdecken, spürt der Baum einfach alle seine Früchte und weiß, dass sie da sind. Er kennt alle Früchte als ein Symbol, das eine Bedeutung hat. Um die Antwort auf die Frage zu finden, weiß der Baum, an welchem Zweig sich die Frucht befindet. Die Frage und die Antwort sind ein Schlüssel. Der Schlüssel würde aus allen Fruchtsymbolen bestehen, um die Frage zu beantworten. Aber der Ort und die Zusammensetzung der Symbole, aus denen die Antwort besteht, sind bekannt und werden von der Dotzero-Logik abgerufen, wobei dort die Omnizustandslogik ist, die weiß, wo die Symbole zu finden sind, und Null mit jedem einzelnen Fruchtsymbol vollständig verschränkt ist. Der Schlüssel kann auch größer und komplexer werden, wenn es nötig ist, um die Antwort zu bilden. K-Gleichschlüssel und kann ein Array von Schlüsseln sein, wobei jeder Schlüssel ein Symbol ist, und das Array die Antwort. K-I-I-I-I-I-I-I-Gleichschlüssel Beispiel 5 Symbole, wobei jedes Symbol ein Fruchtobjekt ist und die Intelligenz innerhalb des Schlüssels die Antwort bildet. Die Geschichte der Frucht des Lebens Frucht des Lebens, Symbol und Schlüssel Die Geschichte der Frucht des Lebens Die Geschichte der Frucht des Lebens Die Geschichte der Frucht des Lebens